Willkommen zu diesem Produktvideo der C3 Prozess- und Analysentechnik. Mein Name ist Peter Plenk, ich stelle Ihnen heute den X300 von Katanax vor. Der X300 ist ein vollelektrisches Schmelzaufschlussgerät und eignet sich für die Herstellung von Schmelzperren für die RFA sowie für die Herstellung von Lösungen für die ICP-Analytik. Der X300 zeichnet sich durch seinen modularen Aufbau aus. Er ist in einer Einplatzkonfiguration oder wie Sie hier sehen, in einer Zweiplatzkonfiguration, aber auch in einer Dreiplatzkonfiguration erhältlich. Darüber hinaus verfügt er über Platinwalenhalter aus Keramik sowie sieben einzeln regelbare Heizelemente und ist dadurch extrem ausfallsicher. Typische Anwendungsgebiete für den Schmelzaufschluss sind zum Beispiel Legierungen und Legierungsbestandteile, Felsen und Gestein, keramische Materialien, Glas- bzw. Siliziumdioxid oder mineralische Proben. Bedient wird der X300 über den Touchscreen, wobei Ihnen 32 Speicherplätze für Ihre Methoden zur Verfügung stehen. Jedes Programm verfügt über sechs frei programmierbare Aufheizschritte, einen Ausgießschritt sowie zwei frei programmierbare Abkühlschritte. Nachdem Sie Ihre Methode programmiert haben, Ihre Proben eingewogen haben und die Platinware in das Gerät eingesetzt haben, drücken Sie auf Start. Danach werden die Proben automatisch in den Ofen gefahren und der Aufschluss findet statt. Nach erfolgtem Aufschluss werden die Proben automatisch aus dem Ofen gefahren und in die Abgießposition gebracht. Übrigens, Katanax bietet für die gesamte Nutzungsdauer des Gerätes eine kostenlose Methodenentwicklung an. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.